So, jetzt von Rikasa, die Drueno 4. So sieht das hier drin aus. Auch verdammt leicht. Hier nochmal ein bisschen näher. Cut 4. Oder 3. 3. Leider keine Alien-Aungabe. Ist aber auf jeden Fall BKS. Oh, was die sagen. Die sind ganz gut. Die sind gut, oder? Shark ist besser. Aber guck, dass die keinen Vorbrenner haben. Die sind schon richtig geil. Nur das, was ich selber kaufe. Und wieder piepen. Genau. Mal gucken. Ab der sich im Gras wohl fühlt. Das sieht viel versprechend aus. Geile Teile. Richtig, richtig geil. Heftig. Wenn ihr mal am Polen seid und die seht. Für 10er, also wir haben die, also ich hatte die für einen 10er bekommen. Die sind auf jeden Fall richtig heftig. Wie viele Stück dann das sein? 20, 30? Richtig geile Teile. Top 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 Teile.